Das Premium-System für innovative Fassadengestaltung Welcher Bauherr wünscht sich das nicht? Geprüfte Schlagfestigkeit, saubere Fassaden und absolute Gestaltungsfreiheit. Hasit hat mit der Systemlösung Sykotec ein Premium-System für innovative Fassadengestaltung entwickelt. Überzeugen Sie sich! Unabhängig auf welchem Unterbau. Ob bei monolithischer Bauweise, bei Wärmedämmverbundsystemen mit Einsatz von Mineralwolle oder bei Hochleistungsdämmplatten wie der Hasit Take-It Alpine. Das innovative Sykotec-System ist hart im Nehmen und sicher in der Anwendung. Garant für die hohe Wirksamkeit ist der elastische Leichtzuschlag der Hasit Dieplast 860 Light in Verbindung mit dem Armierungsgewebe in Weiß. Es verhindert, dass die Krafteinwirkung von außen, wie sie bei Hagel, Ballwurf oder auch bei starkem Publikumsverkehr gegeben ist, ungebremst in den Untergrund gelangt. Dank seines niedrigen E-Moduls absorbiert er die einwirkende Energie bereits in der Armierungsschicht. Das Ergebnis? Schutz, Stabilität und Wertbeständigkeit auch bei Höchstbelastung. Nachhaltig schöne und saubere Fassaden. Dafür sorgen die Premium-Komponenten von Hasit Sykotec. Ab sofort gehören Verfärbungen aus dem Untergrund, Farbverbleichungen genauso wie Algen und Pilze der Vergangenheit an. Mit seinem erhöhten pH-Wert neutralisiert der Putzgrund Premium Sporen, die während der Verarbeitung durch Ernte und Niederschlag an das noch offene Putzsystem gelangen. Zusätzlich reduziert der Hasit CC-Putz und Anstrich dank der integrierten Film Protect Plus Komponenten nachhaltig das Festsetzen von Algen und Pilzen auf der Fassadenoberfläche. Die Innovation. Im Vergleich zu herkömmlichen Wirkstoffen ist die Film Protect Plus Formel in eine Verpackungshülle aus einer Polymer-Mikromatrix eingebettet und gibt seinen Wirkstoffkomplex bei Feuchtigkeit nur gezielt an die Oberfläche ab. Langzeitstudien zeigen, die Fassade wird nachhaltig vor Algen und Pilzen geschützt und das bei hoher Umweltverträglichkeit. Was bislang nur für Innenräume denkbar war, wird mit der innovativen Systemlösung Hasit Psychothek nun auch an der Fassade möglich. Grenzenlose Farbgestaltung bei gleichzeitiger Planungssicherheit. Dunkle Farben galten bislang als nicht zu unterschätzende Gefahr, denn sie absorbieren die Sonneneinstrahlung mehr als helle. Die Nah-Infrarot-Strahlung, kurz NEAR, hat mit 58% dabei den größten Anteil. Wärmestau mit Temperaturen über 70 Grad und Systemversagen sind oft die Folge. Auch hierfür hat Hasit eine Lösung. Die integrierten Nah-Infrarot-reflektierenden Pigmente des Hasit CC Impressive Anstrichs reflektieren die solare Strahlung bereits an der Fassadenoberfläche. Der Hasit Putzgrund Premium und der Hasit CC Vital Oberputz wären die Sonneneinstrahlung dank dem integrierten Titandioxid nochmals in der Tiefe ab. Das Ergebnis? Absolute Freiheit in der Farbgestaltung. Widerstandsfähigkeit, Farbbrillanz und effektives Fassaden-Wärmemanagement. Psychothek ist Fassadenschutz der Sonderklasse. Die einzelnen Komponenten sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt. Von den Hasit Dämmplatten über den Hasit Leichtarmierungsmürtel mit Armierungsgewebe bis hin zum Putzgrund Premium. Dabei werden biologische Aspekte genauso berücksichtigt wie Wärmemanagement und höchste Freiheit in der Fassadengestaltung. Ob für Neubau oder Sanierung, massives Mauerwerk oder WDV-Systeme, Hasit legt mit Psychothek das Fundament für einen wertbeständigen Schutz anspruchsvoll gestalteter Fassaden. Mehr Fassadenschutz geht nicht.